Pharnabazos war ein persischer Feldherr und Stadthalter von Phrygien. Er war ein Sohn des Pharnakes und als Pharnakide mit dem königlichen Haus der Archämeniden Bluts verwandt. Pharnabazos leistete im Peloponesischen Krieg den Spartanern gegen die Athener Beistand, gewährte aber dennoch dem fliehenden artischen Feldherren Alcibiades in Phrygien ein Exil, auf Druck des spartiatischen Feldherren Lysander, welcher deswegen das spartanisch-persische Bündnis in Frage gestellt sah. ließ er dann aber im Winter 404 v. chr. Alcibiades ermorden. Während der Rebellion des Prinzen Kyros der Jüngere gegen den Großkönig Artexaxes II., Mönemun unterstützte Pharnabazos den Letzteren. Im darauffolgenden spartanisch-persischen Krieg spielte Pharnabazos eine zentrale Rolle. Er protegierte 397 v. chr. beim Großkönig den artischen Feldherren Konon, der darauf zum Oberbefehlshaber der persischen Flotte ernannt wurde. Anschließend unterstützte er Tissaphanes bei der Verteidigung Kariens gegen den spartiatischen Herführer der Kylidas. Im Gegenzug musste er allerdings die Verwüstung Phrygiens durch König Argesiel II. hinnehmen, der sogar die Residenzstadt der Skyline bedrohte. Um das persische Kleinasien zu entlasten, bestach Pharnabazos mit der Vermittlung des Rhodias Timokrates im Jahr 396-395 v. chr. Erfolgreich Theben zum Kriegseintritt gegen Sparta, was in Griechenland den korinthischen Krieg auslöste. Zusammen mit Konon siegte er schließlich 394 v. chr. In der Seeschlacht von Knidos, wo die gesamte Flotte Spartas versenkt wurde, um ein wiedererstarkendes Gegners im Ägäisraum zu verhindern, unterstützte er anschließend die Unternehmungen des Trasibolos, was zum Gewinn mehrerer Städte und Inseln an der kleinasiatischen Küste für Persien führte. Nach dem Frieden mit Sparta 387 v. chr. Aber wurde Pharnabazos vom Großkönig seines Postens als Atrapfrügens enthoben, wurde darin allerdings durch Ariobazanes ersetzt. Pharnabazos nahm nun einen Posten am Hof des Großkönigs Atexeres II ein und heiratete dessen Tochter Appama. Zusammen mit den Feldherren Tithaustes und Abrokumas wurde ihm die Eroberung Ägyptens anvertraut. Aber obwohl auf seinen Druck hin der in ägyptischem Dienst stehende attische Feldherr Schabrias in seine Heimat abberufen wurde, musste der Ägypten Feldzug einstweilen ergebnislos beendet werden. Um das Jahr 370 v. chr. wurde Pharnabazos erneut zum Oberbefehlshaber eines Invasionsheers für Ägypten ernannt. Zusammen mit dem attischen Feldherren Ifikrates organisierte er den Aufmarsch der Truppen im phönizischen Ake. 373 v. chr. wurde der Angriff auf Ägypten durchgeführt. Weil die Festung Pelusium zu stark befestigt war entschied sich Pharnabazos zu einem Landungsunternehmen im Nil Delta bei Mendez. Hier aber wurde er von der jährlichen Überschwemmung des Flusses überrascht, was zum Scheitern der Offensive führte. Um das weitere Vorgehen geriet Pharnabazos mit Ifikrates in einen Streit, worauf dieser mit seinen Söldnern nach Griechenland abzog. Pharnabazos führte das Heer nach Phönizien zurück, um es zu reorganisieren. Hier aber wurde er vom Großkönig abberufen und durch Seltemis als Oberbefehlshaber ersetzt. Pharnabazos starb wenig später über 60-jährig. Aus einer ersten Ehe hatte er den Sohn Ariobazanes. Mit seiner zweiten Ehefrau Apame hatte er einen zweiten Sohn, Athabazos. Aus einer ersten Eheze